So, Leck. Uncool. Noch ein Rekrut, noch zwei, dann haben wir es geschafft. Aber ich mache einfach noch zwei Speer. Oder ich mache nur einen Speer. Boah, mehr Eisen. Schneller. Schneller. Ich sehe auch gerade, ich glaube, ich habe auch Quatsch erzählt, dass es doppelt so Ressourcen gibt. Ich glaube, da gibt es dann nochmal später ein extra Gebäude, was dann doppelt Ressourcen macht. Ich glaube, das ist einfach nur zur Wegeverkürzung. Hm. Ich weiß es nicht mehr, das ist so lange her. Aber ich glaube, ja, ich glaube, sonst gibt es nämlich 20. Würde es 20 geben, weil die haben ja vorhin auch 10 reingeschleppt. Ich glaube, das war wirklich bloß zur Wegeverkürzung. Na, egal. Man lernt nie aus. So, und da kommen auch schon die letzten Einheiten angetrippelt. Ja, ja. Oh, aber da kommt ein Gegner. Ich sehe dich ganz genau, Kollege. Ich sehe dich. Fritzel. Und nochmal. Komm, hau ihn weg. Warum läufst du da rüber? Ist du dumm? Ja, toll, jetzt hat er widerstanden. Ganz toll. Yay. So. Aus. Ende Banane. So, dann haben wir jetzt auch unsere Einheiten komplett. Ja, das kommt hin, sind 15. Und dann machen wir nämlich... Als erstes habe ich nämlich vorn hier schon gesehen. Ha. Ein Strauchdieb. Den schnappen wir uns. So. Haben wir schon wieder Mana? Wir haben Mana. Fritzel. Hat das überhaupt Schaden gemacht? Hat das überhaupt gezaubert? Jetzt. Na, gucken wir mal in den restlichen Einheiten. Ja, ja, ja. Du hast keine Chance. Oh, er glitzert. Tarnards Augengläser. Wofür auch immer die gut sind. Naja. Egal. Ähm. Ja, die Hütte zerstören wir jetzt nicht. Das ist Käse. Ähm. Ist nur relevant, wenn hier so Sprudeldinger sind, wo Einheiten rauskommen, weil dann die sind Gebäude abhängig. Also keine Ahnung, wenn ich da irgendwie drei Gebäude im Umkreis zerstöre, geht das Sprudelding kaputt. Was ist hier in meine Augen hier? Eine Kiste. Die will ich haben. Gebt mir die Kiste. Kiste. Stellt euch mal da hin. Hier hin. Hier hin. Wieso lauft ihr nicht? Lauft. Hallo? Jetzt. Ihr seid doof. So. Ähm. Ja. Ring der Stimmen. Intelligenz plus vier. Yay. Klingt gut. Gekauft. Angezogen. Schön. Ähm. Ja. Dann wollen wir doch jetzt einfach mal das Lager überrennen, würde ich sagen. Und zwar. Das Goblinlager hier. Was ich nicht so groß in Erinnerung hatte. Verdammt. Hier stehen ganz schön viele rum. Ähm. Uncool. Mega. Uncool. Na egal. Wird schon gehen irgendwie. Hoffe ich. So. Waaah. Was ist los? What? Jetzt. Meine Maus hat gerade gesponnen. Irgendwie. So. Mein Charakter kann hier auch mal irgendwas anbrizeln. Brizel. Und noch mehr Brizel. So. Die haben wir auch ganz schön aufs Maul gekriegt hier die Kollegen. So. Ihr macht das mal das hier kaputt. Schneller, 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 schneller. Hallo. Haut das Haus kaputt. Yeah. Haus kaputt hauen. Alles kaputt schlagen. Kaputt schlagen fetzt. So. Nächstes Haus. Zauber. Sehr groß. Wir sind uns ebenbürtig. Seh schon. So. Dann machen wir mal noch die zwei Häuser hier. Die drei Häuser. Verzählen kann das klar im Vorteil. Äh. Machen wir die mal noch kaputt hier. Und dann können wir weiterlaufen zum nächsten Lager. War da noch ein Lager? Ich glaube schon. Das kann doch nicht alles gewesen sein. Weil wir hier hinten müssen mal hin. Das wäre ja ein übelst langer Weg für nichts und wieder nichts. Also. Ich denke schon, dass da noch was kommt. Da. Oh. Jetzt habt ihr uns nicht gesehen. Schade. Ähm. Ja. Das war also quasi wenn, wenn, ähm. Wenn ich jetzt hier Sachen kaputt mache. Und dann verschwinden halt diese Sprudelquellen abhängig von den Häusern irgendwie. Also ich habe jetzt hier diese vier Häuser oder drei Häuser. kaputt gemacht. Und dann ist halt diese, dieses Spawnpunkt quasi verschwunden von den Gegnern. Das Gelbe machen wir dann jetzt hier noch mit dem Gebäude. Oh Mann, das dauert. Macht kaputt. Macht es einfach kaputt. Kaputt. Sehr gut. Weiter geht's. Ja, hier sieht man es doch schon rot leuchten. Was bist du? Du bist ein Ork. Hallo, Höhlen-Ork. Du bist verdammt schwarz. Waren Höhlen-Orks schon immer so dunkel? Vielleicht weil sie in der Höhle leben. Ich weiß es nicht. Oh mein Gott. Angriff. Ähm. Ja. Pritzel. Pritzel? Haut doch nicht alle meinen Charakter. Das ist uncool. Ja, du bist wieder immun gegen meine Zauber. Aus unerfindlichen Gründen. Wieso ist da ein Goblin? Was machen die hier? Ich denke, ich habe die gerade ausgerottet. Zerstört. Niedergeschlagen. Vernichtet. Das macht keinen Sinn. Das macht einfach keinen Sinn. So, hier müssen nicht alle rumstehen. Steht denn wer rum? Nö, die hauen alle fleißig. Ne, hier. Ihr steht rum. Ich sehe es doch ernst genau. Geht das kaputt machen. Tim-ti-tim. Oh. Gegner. So. In. Stufe 1. Höhlen-or. Höhlen-or. Hier sage ich immer Höhlen. So ein Quatsch. Das sind Höhlen-orks. Höhlen. Wie. Aushöhlen. Oder. Dunkel. Ja. D wie Normlicht. Hm. Kommt dasselbe raus, glaube ich. Egal. Weiter geht's. Weiter geht's. Wir rennen hier durch das Spiel, weil wir haben keine Zeit. Hm hm hm. Ach. Laufen, laufen, laufen. Schneller laufen. Schneller laufen. Und ein untätiger Arbeiter. Oh. Cutscene. Orks. Sie brennen alles nieder. Wo sind die Wachen? Hilfen uns bei der Verteidigung? Schnell. Oder wir sind verloren. Ja. Bin ich dein Sam oder was? Naja. Wo sind die Wachen? Das frage ich mich allerdings auch, Kollege. Ähm. Ja. Dann werden wir mal hier den Leuten helfen, weil sie es allein selber nicht auf die Reihe kriegen. Das hat schon wieder geleckt. Warum? Ist nicht schön. Decks sind nicht schön. So. Ähm. Wen hab ich im Target? Genau. Ich glaub... Warte mal. Hier waren, glaub ich, Heiler dazwischen. Genau hier. Ersten Heiler. Seh ich doch. Seh ich sofort. Seh ich an der Hautfarbe. Ne Quatsch. Ich glaub, die hat einen Umhang um oder so. Genau. Hier. Du kriegst erstmal schön Schmerz ins Gesicht, Junge. Hier. Du auch. Du auch. So. Dann haben wir hier noch einen. Der kriegt auch nochmal aufs Maul. Oh. Hier. Er hartscht schon rum hier. Hau den mal. Mensch. Hau ihn. Sehr gut. Sieht gut aus. Haben wir eigentlich Einheiten verloren? Ja. Einen Recruiten haben wir verloren. Und das Questbuch wurde aktualisiert. Yay. Er hat ein Ausrufezeichen bekommen. Jetzt möchte ich aber auch was dafür haben, Kollege. Ja, renn doch nicht weg. Was macht er? Danke. Ohne euch hätte es finster für uns ausgesehen. Die Wachleute können was erleben, diese Saufköpfe. Nehmt dies als Entlohnung. Und bitte entschuldigt die anderen. Die Leute haben etwas Angst vor euch. Ihr seid ein Runenkrieger, nicht wahr? Auf dem Weg nach Graufurt. Oh, bis Graufurt ist es nicht mehr weit. Folgt einfach dem Weg den Berg hinauf. Gute Reise. Joa. Sie haben einen Gegenstand erhalten. Rubin Ring der Macht. Yay. Den habe ich schon an. Zwei Intelligenz, zwei Weisheit. Vier Intelligenz. Ich glaube, ich nehme den trotzdem nochmal dran. Einfach, weil der noch Weisheit hat und das permanent mein Mana erhöht. Anstatt nur die Mana Regenerationsrate. Mann, sind die alle kaputt. Hm. Ich sollte vielleicht demnächst doch die Gruppen irgendwie besser aufteilen. Keine Ahnung. Mal schauen. Wenn es nötig ist, bin ich dann nicht. Hier oben sehe ich das schon auch schon wieder auf der Karte rot leuchten. Was haben wir denn hier Schönes? Hallo, Höhlenorcs. Ihr seid echt überall. Gott. Laufen ist so cool. Laufen könnte ich den ganzen Tag. Ja, ja. Wunderbar. Wunderbar. Moment. Ja. Ach komm. Wie viel war denn das? Da waren doch nicht so viele, oder? Drei. Vier. Oder? Vier. Ja, vier. Aber hier ist eine Kiste, also hat es sich doch gelohnt. Ich wusste doch, die stehen da nicht einfach nur so. Ich wusste es. Das Spiel ist durchschaubar. Schmerz. Und nochmal Schmerz. Und nochmal Schmerz. So, sehr gut. Ihr könnt schon mal wieder vorgehen. Schmerz.